Das ist bei dich. Ich sehe Tartufo, aber wird selbst gesuckt. Na, mit einem Trüffelschwein. Nein, mit dem Hund. Das Schwein esse Tartufo auf. Wir kommen wegen der Überraschung, oder? Sind wir zu früh? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Hier kommt es gerade rechtzeitig. Also, das A und O für eine gescheite Wiesn ist ein gescheites Band. Gregorio, no grazie. Wir würden lieber nur gehen in die Museum und in die Schloss und basta. Que bello. Seita. Como se dice seita? Seide. Ja, genau. Das ist Seide. Und der Rest, das ist reine Handarbeit. Darf ich anprobieren? Ja, frei. Ich darf es ja da. Weißt du das, was du die Schleifen binden musst? Ja, natürlich. Nein, nein, nein. Moment. Das Dirndlschleifen hat eine Bedeutung. Wenn du das hinten bindest, heißt es, du bist verwitwet. Verwet? Mann tot. Oh, wir haben keinen Mord. Hey, weh, dober. Sie hat vor kurzem Prozess mit dir gemacht. Schau. Ja, Alessandro. Wenn du das von links bindest, heißt es, du bist ledig. Und von rechts heißt es, du bist vergeben. Und manche sagen, wenn du das in der Mitte bindest, dass du gern flirtest. Wie bindet man die Schleife, wenn man vergibt es, aber flirtet gerne. Und wenn ich euch einen Rot geben darf. Erst Achterbahn fahren und dann essen. Dabei umkehrt. Kannst du nicht mehr sein, dass ich alles umdrehe. Ja, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Das war's für heute.